Hallo zusammen und willkommen zu noch ein weiterer Unboxing von EMK. So, heute haben wir ein schöner Münzen. Das ist für die Königin Elisabeth II. Die Jubiläum. Unfassbar. Platten Jubiläum. Man kann da sehen, dass es ein schöner Atui gibt aus der Perth Mint. Mit diesen kleinen Magneten da drauf. Dieser Perspex Glas. Sehr schön. Und dieser ikonische Schwann da. Das Perth Mint Logo. Sehr, sehr schön. Esmao gibt ein Certificate. Königin Elisabeth II. Platinum Jubiläum. 70 Jahre. Mano. Da haben wir ein paar kleine Spezifikationen. Sehr schön. Ein und Silber. Vier, neun Silber. Und hier ein bisschen mehr Info da. Ehrlich. So schön. Seit 1943. Sie ist der Königin. Sehr, sehr schön. Und ich liebe diese Deco da drauf. Das ist schöner wegen dieser Farbe. Und hier haben wir ein bisschen mehr Sicherheit von der Perth Mint. Und dann gibt's unsere Münze. Immer wegen dieser Qualität aus der Perth Mint. Diese schöne Ein-Uns-Silber-Münze. Die Qualität sieht sehr gut aus. Da gibt's unsere kleine Pee. Unsere Privy Mark. Sehr, sehr schön Ein-Uns-Silber. Da gibt's zwei Versionen von Elisabeth II. Und hier schauen wir besser auf die Münze. Nehmen wir das außer dem Pseul. Da. Oh, schauen wir jetzt. Sieht immer besser aus ohne Kapsule. Offensichtlich, das ist für Sicherheit. Aber jetzt wollen wir auf diese Münze schauen. So, da gibt's die Bild von Königin Elisabeth II. Jetzt und damals. 1942 bis 2022. Wow. Und da drauf können wir auch diese Australien Blumen sehen. Und hier vorne, das gibt's auch diese Englisch Blumen. Und alles ist zusammen auf diese Münze. So ein schönerer Idee. Und da können wir auch sehen Schottland, Irland und Großbritannien. Alles zusammen. Sehr, sehr schön. Offensichtlich, Königin Elisabeth II ist die Monarchin von sechs, sechs Commonwealth Realms. Unfassbar. So ein langer Zeit. Ein großer Job. Und das ist die besondere Münze für diese großartige Ding. Platinum Jubiläum 70 Jahr. Die Flammen hinaus. 1. 2. 4. Vielen Dank.